Das Book Cover Keyboard und die Dockingstation für das Samsung Galaxy Tab S2. Für das Galaxy Tab S2 ist optional das Book Cover Keyboard erhältlich. Die Klappe ist magnetisch fixiert. Neben der Schutzhülle gehört dazu auch eine Bluetooth-Tastatur, die ebenfalls magnetisch auf der Hülle angebracht werden kann. Mit den beiden Clips wird das Galaxy Tab S2 zuverlässig am Book Cover Keyboard befestigt. Schalten Sie nun auch das aufgeladene Keyboard über den Ein-Aus-Schalter an seiner rechten Seite ein. Danach blinkt die Status LED dreimal in blau. Beim ersten Einschalten wird der Kopplungsmodus automatisch gestartet. Sobald dies erfolgt ist, blinkt die Status LED abwechselnd rot, grün und blau. Aktivieren Sie Bluetooth auf dem Galaxy Tab S2 für die Kopplung mit dem Keyboard. Tippen Sie im Hinweisfeld unter Verfügbare Geräte auf das Galaxy Tab S2 Keyboard. Geben Sie die angezeigte Zahl auf dem Keyboard ein und drücken Sie Enter. Das Keyboard ist nun als Eingabegerät mit dem Galaxy Tab S2 verbunden. Zum Abschluss der Gerätekopplung öffnen Sie die Statusleiste und wählen den von Ihnen gewünschten Tastaturtyp für das Samsung Tab S2 Keyboard durch das Aktivieren einer Sprache aus. Das Keyboard ist nun einsatzbereit und Sie können zum Beispiel mit F1 auf den Startbildschirm gehen. Durch Berühren des Touchpads wird ein Mauszeiger eingeblendet. Sie können hiermit auf eine App gehen und diese durch Drücken auf der linken Seite des Touchpads öffnen. In den Einstellungen befindet sich unter Sprache und Eingabe der Menüpunkt Zeigergeschwindigkeit. Rufen Sie diesen auf, um die Geschwindigkeit des Mauszeigers anzupassen. Durch Drücken der rechten Seite des Touchpads gelangen Sie jeweils eine Bildschirmansicht zurück. Auch der Touchscreen des Galaxy Tab S2 kann weiterverwendet werden. Mit dem Keyboard ist die Texteingabe schnell und wie vom PC gewohnt möglich. Zudem ist auf dem Display mehr Inhalt zu sehen, weil keine virtuelle Tastatur eingeblendet wird. Als weiteres optionales Zubehör ist die S-Action-Maus erhältlich, die auch über Bluetooth mit dem Galaxy Tab S2 gekoppelt wird. Ebenfalls verfügbar ist eine Dockingstation, in die das Galaxy Tab S2 gestellt werden kann. Die Dockingstation hat hinten mehrere Anschlüsse. Dies sind ein Micro-USB-Anschluss zur Stromversorgung, ein HDMI-Anschluss zur Verbindung mit kompatiblen Monitoren oder TVs, zwei USB-Steckplätze für Tastatur, Maus oder Speicherstick, sowie ein LAN-Netzwerkanschluss. Ein Kabel zur Verbindung der Dockingstation mit dem Galaxy Tab S2 ist bereits integriert und wird einfach herausgezogen oder wieder versenkt. Ein Kabel zur Verbindung der Dockingstation. 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 Ein Kabel zur Verbindung der Dockingstation.